Du hast 10 Sekunden Zeit, dieses Video zu liken, mich zu abonnieren, ansonsten wird heute Abend in deinem Bett eine Spindel unter das Bett krabbeln und dich auffressen, keine Ahnung, auf jeden Fall, sorry für den schlechten Joke, aber willkommen zu einem neuen random Steam Game, wir spielen heute You Have 10 Seconds, ja, was soll ich zu diesem Spiel erklären, man hat 10 Sekunden irgendein Puzzle zu absolvieren, oder irgendwie so, habe ich es verstanden, Wir starten einfach mal rein, Area 01, Baby Steps, okay, Sound sind lustig, so, aber der Sound ist ein bisschen laut, so, ich habe gerade den Sound ein bisschen angepasst, jetzt müsste es passen, Baby Steps, Jumping to Conclusions, okay, da sterben wir wahrscheinlich, wollen wir nicht ausprobieren, Going Up, killen die mich? Nein, die killen mich nicht, okay, ich habe das vielleicht stacheln oder so, oh, mit der Steuerung muss man doch so ein bisschen vertraut werden, Stall, ähm, das Spiel beginnt sehr, sehr kurz, jetzt werden wir es wahrscheinlich in einer Folge durchkriegen, Getting to the Point, okay, Was ist das denn hier, oh, ein extra Leben, cool, Topsy-Turvy, Going Down, oh, jetzt ist, oh, jetzt ist es anders, jetzt sind auf dem Kopf, oh, nein, nein, schnell, oh, ganz knapp noch geschafft, Conveying Motions Against the Current Wow, wow, nein, ich bin in die Stachen gelaufen, schon wieder, ich habe noch ein Leben, ich muss aufpassen, okay, Pushed Down, wer pusht mich hier runter, ich pushe euch gleich weg, 1 item jump again double jump okay wir haben es geschafft area 02 on the edge teleporters cool wormhole das war nicht gut das war nicht gut ah mist verdammt ich bin gestorben ja man hat anscheinend nicht so viel leben ich darf nicht so viel blödsinn machen hier mach ich das denn ah ok da darf ich dann nicht springen aber die die 1-ups respawnen immer okay komm schon komm schon yeah pushing on drop down okay yes balancing act wo bin ich ach hier oben bin ich habe ich gleich gesehen wegen den ketten oder was das ist come on nein ok das ist nervig hier das ist schwer nein noch zwei leben ich darf jetzt keinen fehler machen okay ich hab's quickly now okay ich beeile mich nein anlauf kann man anlauf nehmen ich glaube das macht keinen unterschied egal reaching new depths reversion okay geschafft und going under jetzt kann ich schwimmen cool okay hey area 03 drowning nein hier trägt nicht water you waiting for hafer steht ja weil back on your feet das gemacht precisely ja ziemlich precise ich merke ich hab's back in the pool okay dann gehe ich zurück in den pool und spamme slip and slide und das banana peel nur noch ein leben wow was round and round rund und rund nein nein ich war das oh wenn nicht red feet okay das kann ich nicht wow wow ganz am ende noch gestorben so jetzt das okay oh die zeit geht aus okay defying physics wo bin ich oh aha tidal wave nein oh fuck okay was muss man hier machen ja doch ich hab eigentlich alles richtig doch keine ahnung warum ich da gestorben bin neues item ein magnet ah ich muss es unten halten damit ich es benutzen kann ok cool das letzte area area 04 ok das ist ziemlich cool mit dem magnet i like it und jetzt ok ich mags das ist ziemlich cool hm ach muss ich denn dann spammen hm was muss ich denn da machen Was muss ich denn da machen? Okay, das verstehe ich jetzt nicht. Oder muss ich unten gedrückt halten? Für den Magneten. Down and up. Current Rider. Und dann Don't panic. Okay. Ah, gar nichts machen soll ich. Okay. Gut, ich hätte mal die Namen lesen sollen. Don't panic. Nichts machen. Ey. Aber das hat mich trotzdem gekillt. Ach, dann wahrscheinlich soll ich da dann wieder einen Double Jump machen, ne? Okay, Moment. Nein, nicht da. Ja, komm, bring mich um. Mit so wenig Leben möchte ich nicht weiter, Mann. Don't panic. Okay, keine Panik schieben. Aber rechtzeitig springen. Das muss ich noch ein bisschen lernen. Okay, geschafft. Up and around. Stand your ground. Okay. Drying off. Ziemlich einfach. Shockwave. Eine Schockwelle. Aber wir kommen durch. Verwirrt? Confused? Oh. Na, magst du mich vielleicht bekommen haben, aber du kriegst mich nicht nochmal. Circuit Break. Hä, das hatten wir doch. Lull. Prepare yourself. Oh, kommt jetzt ein Bosskampf fürs Finale? Oder was kommt jetzt? Oh. Das sind aber keine Ten Seconds. Das sind 50 Sekunden. Naja, wie auch immer. Sollen wir recht sein. Sonst wäre das hier, glaube ich, zu schwer. Okay, wir haben drei Leben. Shit da. Knapp. Nein! Oh, da muss man alles neu machen. Ich glaube, es wäre ein Checkpoint da, wo meine Leben stehen. Okay. Das Spiel ist übrigens kostenlos für die, die es auch mal spielen wollen. Ich lasse einen Link in der Beschreibung drin. Ich würde es auch mal spielen. Ich hoffe mal, dass die Zeit sehr großzügig ist, weil sonst schaffe ich es nicht mehr. Also, hier. Und jetzt. Geschafft! Yeah! Ja, und das war das Spiel. Wir können jetzt New Game machen. Und, äh... Ja, das war You Have Ten Seconds. Kostenlos. Es gibt noch einen zweiten Teil. Wenn ich uns weiter machen soll, dann schreibt es mal unten rein. Ja, kurzes Video. Kurzes Spiel. Kurzer Abschied. Wir sehen uns bei...